Ach, ich liebe es, wenn Leute einen als Hacker beleidigen. Und wie ihr das auch erreichen könnt, das zeigen wir euch in diesem Format zu den Waffenguides. Servus zusammen, euer Ivan ist wieder am Start und wir beginnen direkt mit einer Anfängerwaffe, die ich wirklich jedem ans Herz lege, gerade wenn man wieder back to the ground kommt, COD schon lange nicht mehr gespielt hat und so weiter und so weiter. Und die Rede ist von der M1914, einem wirklich, wirklich krassen Biest. Und warum das so ist, das schauen wir uns jetzt genauer an. Als erstes kurz zu den Stats und auch warum die Waffe so nice ist. Die Feuerrate, das ist der Punkt bei der Waffe, der es ausmacht. Die Feuerrate ist hoch und hat gleichzeitig einen moderaten Rückstoß. Wir schauen uns später auch nochmal das Spray-Pattern und den Verzug an. Aber eben Feuer, der Mix aus Feuerrate, Schaden und Rückstoß, das ist das, was die Waffe ausmacht. Negativer Punkt ist das Magazin, ihr habt lediglich 25 Schuss dabei. Kommen wir also nun kurz auf dem Schießstand und was haben wir dabei? Hier auf dem Schießstand schauen wir uns erstmal den Raw Recoil an, also den Rückstoß, ohne dass wir irgendwas mit der Maus machen. Und sehen auch praktisch, wie wir die Waffe ausgleichen müssen, wenn es denn ein Muster gibt. Und hier muss man sagen, bei der M1914 ist kein klares Muster zu erkennen. Sie zieht zwar immer nach oben und nach oben rechts, aber wenn man ein bisschen gegenhält, vielleicht auch ein bisschen nach unten links zieht, kann man den Rückstoß ausgleichen. Gleichzeitig tötet die Waffe mit vier Schuss auf den Körper. Das ist mit der Bar gleich. Wie spiele ich die M1914? Und hier kommen wir schon mal zum großen Punkt, gerade am Anfang. Ich habe sie jetzt hiermit bereit, weil ich mir mit Prestigestoken das freigestaltet habe. Aber dadurch, dass sie sich für das Anfänger orientiert, was würde ich euch empfehlen? Visier ist immer nicht schlecht auf der 1911, wenn ihr ein gutes Fadenkreuz habt. Ganz wichtig ist das erweiterte Magazin, dass sie auf 37 Schuss kommt. Und den Griff würde ich auch noch empfehlen, um den Rückstoß auszugleichen. Was ich auch mal gerne spiele, eben bei bereit ist, dann noch das schnell ziehen. Könnt ihr aber auch mal austauschen, wenn ihr mal die Feuerrate erhöhen möchtet. Feuerrate hier in COD findet ihr auch sehr, sehr cool. So, das gibt euch schon mal einen groben Einblick bei der Waffe. Wir kommen auch jetzt direkt zum Gameplay. Da kann ich euch noch ein bisschen mehr erzählen. Gerade am Anfang würde ich euch empfehlen, nehmt Instinkt mit, bis ihr Eile habt. Eile ist bei der M1914 auch sehr wichtig. Ich hatte es noch nicht dabei, weil ich eben gerade Stufe 15 bin im dritten Prestige. Und worauf berufe ich mich? Ich bin aktuell auf Platz 4200. Also ich habe schon ein bisschen was gesehen. Und kann euch auf jeden Fall wärmsten die M1914 ans Herz legen. So, dann legen wir auch schon mal direkt los. Und wir sehen hier extreme Feuerrate. Und ebenfalls sehr nice ist bei der Infanterieklasse natürlich, dass ihr ein Bajonett drauf habt. Denn dieses Bajonett rettet euch wirklich auf den Arsch. Wenn ihr gerade am Nachladen seid oder sonst irgendwas tut, der Gene kommt close. Ihr könnt es jederzeit aktivieren. Ebenfalls von Vorteil ist, ihr habt mehr Schuss dabei, wenn ihr die Infanterie hochgespielt habt. Und ihr könnt euch im Zielen besser bewegen. Dazu muss ich noch sagen, ich werde noch ein Top-Tipps machen. Definitiv, denn es hat sich einiges getan. Auch in meinen Settings. Ich bin von 1.67er KD auf eine 2.0er KD jetzt hoch. Eben, weil ich ein paar neue Tipps und Tricks ausprobiert habe, die ich für mich entdeckt habe. Das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Klar ist KD nicht alles, aber auch meine Win-Lose-Rate ist höher. Also ich denke, das ist schon okay, wenn man hier auch mal eine gute KD hat. Natürlich ist auch sehr, sehr wichtig, das kann man auch mit der 1911 ganz gut pre-feiern. Spots pre-feiern, einen Spot halten und immer Sachen pre-feiern. So wie hier sehe ich es mit der Drohne, da kommt einer pre-feiern, er hat gar keinen Auftrag. Wieder die Map checken, es kommt rechts einer, pre-feiern. Und hier mit Instinkte, wie ich es gesagt habe, Instinkte zeigt euch einfach, wenn jemand auf euch zielt, wo ihr nicht gerade in eurem Sichtfeld ist, leuchtet es gelb. Das heißt, ihr könnt springen, ihr könnt euch drehen, verhindert, dass die Gegner euch tötet und gleichzeitig eben den Kill holen, sobald es eben auch geht. Hier sehen wir es immer schön mit der 1911 durch die hohe Feuerrate und den 37-Schuss. Sind Zornabschüsse überhaupt kein Problem und sehr gut machbar. Und hier sehen wir auch schön den Abschnitt, das Intro sozusagen, wo sie dann einen als Hacker beleidigen. Aber es ist eigentlich ganz easy, Drohnen nutzen und Spots einfach pre-feiern. Das ist es auch schon. Hier sehen wir einfach pre-feiern, hätte ich sogar noch ein bisschen eher zielen können. Wollt aber auch nur mal sicher machen, das ist eigentlich auch schon das große Hexenwerk. Man sieht aber auch ganz klar, Eile wäre bei der 1914 nicht schlecht. Ihr seht schon, ich lade eigentlich ziemlich oft nach und es dauert schon seine Zeit. Ja, soviel eigentlich zu 1914. Warum sie schlechter ist aus meiner Sicht als die Bar. Sie ist nicht sehr viel schlechter, aber doch ein Stück. Dazu kommen wir natürlich noch in einem weiteren Video. Sie verreißt halt einfach ein bisschen mehr als die Bar. Trotzdem für die allererste Waffe, das ist die allererste Waffe, die ihr als Infantrist habt, geht es einfach extrem ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.